Herzlich Willkommen liebe Leute zu Need for Speed Payback. Wir sind wieder zurück. Heute in einem 370Z umgebaut für Drift. Wir haben jetzt nur noch Drift laufen. Wird eine spaßige Nummer. Da habe ich Bock drauf. Ich habe auch schon ein bisschen Leistung reingepflanzt. Ich bin gespannt. Gute Neuigkeiten, Rekrut. Du darfst dich im Shift-Lock-Test beweisen. Zeig mir wie du driftest, dann reden wir. Bist du dieser Driftner, Anarcho-Hacker? Wie heißt du nochmal? Ich bin jeder, ich bin niemand. Ich bin der Underground Soldier. Cringe. 200m ohne Unterbrechung querfahren. Oh, das nehme ich mit. Und, lass mich fahren. Wo muss das? 370Z lässt sich schön querfahren. Und schön rum. Na, schade. Die 80.000 hätte ich gerne in einem durchgezogen. Unlucky, aber egal. Oh, wie ich das hier genieße. Man merkt halt, der 350Z braucht noch mehr Leistung. Ich muss echt sagen, ich mag das Drifthandling in Payback. Ich bin ein Drift-Wunderkind, Baby. Oh, Auspuffstufe 7. Nice. Einfach mal nach da oben porten. Ja, ich bin auch gespannt, wie die neue Videoqualität ist. Nennen wir das Ganze jetzt in 1440p auf. Mal gucken, ob das denn besser aussieht als zuvor. Oh, anbremse. Um. 120er Leistungsindex braucht man, okay. Nicht länger als zwei Sekunden abseits der Straße fahren. Joaah. Zumindest ein Anfang, Mac. Und los geht's. Anfangs ist der Teil, wenn man nicht viel Leistung hat, kommen da auch nicht viele Punkte bei rum. Oh Gott. Er ist schon noch ein bisschen träge. Abgehoben, Mac. Und schön. Jetzt kommt der Abschnitt, der Spaß macht. Schön rum. Oh, Zucker. Das läuft wie Öl. Ich weiß, nochmal Auspuffstufe 7. Ja, ne. Bringt halt nix. Es hat dieselbe Stufe. Ah, wohl wahr, wohl wahr, Mac. Oh. Komm, bremsen. 400 Meter ohne Unterbrechung driften. Nämlich. Meine Spezialität. Kannst du entfahren mich mit Matrix-Zitaten zermürben? Ja, oder? Egal, die 400 Meter, die schaffe ich noch. Sagte er jetzt und verkackt das bestimmt. Das waren nette Punkte. Und rum. Schön. Wir haben noch drei Kilometer und wird auch noch wesentlich kurviger als der Anfangste. Die Punkte sind auf jeden Fall drin. Und schön hier rum. Das macht so Laune zu driften in dem Spiel. Bei Payback driften echt geil. Bei Heat haben sie so dezent verkackt. Also für mich zumindest. Ich komme mit dem Driften nicht so ganz klar in Heat als in Payback. bei Heat als in Payback. Ja. Du kannst sie jetzt auf jeden Fall verändern. Tja, das ist das. Okay, jetzt mach ich ernst. Nice. Oh! Fast 500.000 Punkte, das lässt sich schmecken. Ich zufrieden mit. Man geht zwar ein bisschen Nitroflöten, aber es ist auch nicht so schlimm. Wo ist der nächste? Oh, ist der gleich da vorne? Wir sehen uns bei der nächsten Prüfung. Hey, Maggie, mein Freund. Du hast das Schiff doch angeräumt. Gut so gut. Markus Wehr, der Gämbler? Setzt du etwa auf mich? Klar! Und ich? Gewinn! Glaub nicht, dass das Schiff doch gefällt. Ja! Da ist jemand zu sehr vom Geld abhängig. Nicht gut, diese. 500 Meter ohne Unterbrechung. Ja, ich auch mit. Hahahaha! So, 500 Meter. Easy. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Zäune und so. Braucht man nicht. Es läuft aber richtig. Boah, geiler Sektor, ey. Oh, ne, 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 ne. Multiplikator nicht weghauen. Server eng. Holy shit. Nice. Nice, 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 nice. Ah, Motorblock auch noch. Gut. Ich hab jetzt gar nicht drauf geachtet, ob es ein Block war oder nicht. Ich hab jetzt mal wieder auf meinem Kauf und ich hab's jetzt geklärt. Also, was jetzt? Das war unser letztes Spiel. Wir gehen los. Oh, hey, 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 hey. Was ist denn los? Du arbeitest für den Gämbler. Wir sind ja von der Konzerne, die wir befinden. Spinnst du? Er hilft uns das Haus zu Fall zu bringen. Wir bekennen das Haus. Ja, und den Fall. Trinkt ihr euch im ganzen Haut wie in den Arsch. Verstehen. tja erst misstrauisch sein und dann nur wir bekämpfen da draußen okay bin dabei nicht gut ich könnte jedes mal weinen wenn ich den silberdamm vor mir sehe das ist schon geil bmw macht platz so schön rum man muss halt echt sagen die canyons sind so geil schwindigkeit von 210 km h oder die mini lumpen es ist meine absolute lieblingsdrift strecke die jetzt hier fahren wird habe ich auf der xbox und auf der ps4 so viel gefahren so das hat keiner gesehen ne meck das hat keiner gesehen so so jump na klar sonst geht es hier auch zu gut ja nice, Punktzahl auch noch geholt damit, perfekt nice schon, noch mal Leistung Steuergerätstufe 7 alles von 1,35 mach ich oh, da ist jemand schon direkt abgefuckt bin ich gut oh, nice schön rum oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott noch mal Punkte machen nice puh er war ein bisschen enger, ey mit den Punkten hab ich nicht gedacht schon wieder das gleiche bekommen letzte Mission ich hab deine Files geknackt aber aus einer Jugendstrafe und einem kurzen Knastaufenthalt nichts gefunden du erhältst Freigabe zu Shiftlock du hast mich gehackt? ich musste sicher gehen, dass du kein Spitzel bist ein Spitzel? Mann, du musst dringend mal chillen später vielleicht jetzt müssen wir erstmal in die Stadt zurück nächstes Mal führen wir Krieg hey, ähm diese Files war darunter auch mein Browserverlauf? hahahahahaha hahahahahaha na klar, Mac hast du etwa zu äh hä 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 genau hast du etwas zu verbergen wollte ich sagen letzte Mission von Shiftlock ich bin ich bin ich bin zu Operation Golden Apple Soldat heute versetzen wir dem Haus einen empfindlichen Schlag das Haus stellt neues Überwachungsequipment in der Stadt auf deine Mission zerstörst bevor es online geht das erfordert Schnelligkeit und extreme Präzision na dafür bin ich geboren eine geilere Aufgabe kann man nicht haben nee, es ist nicht Wirklichkeit wie Jay von Pizmi sagen würde du musst mehr Zeit du musst mehr Zeit das war doch klar von mich kommt keiner hin kein Problem das macht nichts Ach, wirklich? Das hätte ich überhaupt nicht gedacht an den Grundsoldier. Oh, so kärb. Oh, mate, das ist mehr als Stil, das ist Kunst. Oh, so kärb, so kärb, so kärb. Oh, da muss man echt sagen, der 3,50 Z lässt sich so schön driften. Das ist ein Träumchen. Oh, halbe Million Punkte, schmeckt und Bullen. War ja klar. Bisschen Samba machen, ne? Okay. Oh, wow. Kann man so krass überdramatisieren. Aber gib Stöff. Mein schöner Wagen. Gib Stöffe. Äh, Hilfe. Okay. Wupp. Was, du lebst noch? Was bist du für ein Lacker? Höh, hallo. Höh, mach mal Platz da. Muss mal durch. Höh, hallo. Gib Gummi. Bäh Ah, Kopsin weg Wohlwahr, Wohlwahr Ganzhaft Warum spielt er ein Stufe 7, macht keinen Sinn Klasse, ist ganz nett ODS 5 ist auch ganz nett M2 ist auch ganz nett E46 ist Bombe Nehm ich Wir haben schon wieder einen Wrack Dein Kampf ist unser Kampf Wenn die Zeit kommt, unterstützen wir dich Klingt gut Bleib wach Mac Ja Du auch Gut Die Person machen wir das nächste Mal Ich bin gespannt Und wie das läuft Die nächste Mission machen wir in der nächsten Folge Ich bedanke mich für das Zusehen Gebt gerne eine Bewertung ab Würde mich sehr freuen Schaut auch wieder beim nächsten Mal gerne vorbei Habt einen schönen Tag noch Wir sehen uns das nächste Mal wieder Haut rein Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal